Musik Laut, lauter, Alpha. Die Technoparty ist seit inzwischen 30 Jahren eine Institution in der Elektromusikszene. Das Runde-Jubiläum wurde mit einer 14-Stunden-Party von Samstag auf Sonntag gebührend in der ausverkauften Sport- und Kongresshalle gefeiert. Aufwendige Bühnenshows mit kleiner Zeitreise inklusive. Unter den bestens aufgelegten und auflegenden DJs waren Namen vertreten, die Freunde der elektronischen Musik einige Freudenschreie entlockten. Westbam, Northern Light oder The Disco Boys. Von EDM, House Trends über Hardstyle und Gore. Für jeden etwas dabei, vorausgesetzt man mag es basslastig, elektronisch und eben laut. Musik 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 Musik